Hallo, unterstützt uns bei der diesjährigen Fanta-Spielplatz-Initiative 2016 in Werne. Wir kämpfen um das Voting und einen Spielplatz mit Unterstützung für 20.000 Euro für Werne. Der Tanzspot-Club Werne hat eine kleine Choreografie vorbereitet für einen Fanta-Flash-Morgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und einfach mitübt. Das Stück ist von Tony Tuglan und es besteht aus vier verschiedenen Teilen. Einen Refrain, der sich mehrfach wiederholt und drei verschieden gestalteten Strophen. Es ist gar nicht so schwierig. Ihr werdet sehen, es wird ganz einfach sein, das zu erlernen. Ihr könnt es gerne zu Hause, im Wohnzimmer machen, heimlich oder mit uns gemeinsam bei den jeweiligen Trainingsterminen, die wir auch schon miteinander vereinbart haben und in der Öffentlichkeit preisgegeben haben. Kommen wir nun zu unserer diesjährigen Choreografie. Unser Trainer Sebastian hat sie erstellt und wir zeigen euch zunächst den Refrain. Wir beginnen mit Seitwärtsschritten und schließen dann wieder. Das ist der erste Achtertakt sein. Dann nehmen wir die Hände einfach dazu zur Ergänzung. So, dass wir haben seit, schließen, seit, schließen, seit, schließen, seit, schließen. Das ist unser erster Achtertakt. Unser zweiter Achtertakt, wir nehmen die Arme gekreuzt vor den Körper, gehen dabei auf der Stelle bis vier und nehmen die Arme hoch im Kreis und lassen sie am Körper wieder runtergleiten. Das wäre dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir kommen zum nächsten Achtertakt, das sind Ausstärmschritte. Nach links, mit dem rechten Fuß zur Seite. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, links. Das ist in einem gewissen Tempo, und zwar in dem Tempo eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der nächste Achtertakt folgt nun. Wir stellen die Arme vor dem Körper auf, nacheinander, stemmen einmal die Arme raus hinter den Rücken und schließen die Arme wieder und lassen sie am Körper runtergleiten. Kommen wir nun zum kompletten Refrain. Wir fangen an und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.